das ist definitiv die neue meter hier also das ist wirklich schon ich würde ich würde sogar sagen corona sinnfrei und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir und dem gegner naja ist schon heavy also das ist ein rathaus 10 hier wohlgemerkt leute der mich hier angreift und okay jetzt habe ich zwar jetzt mal meine rathaus 8 base mit dem fry geleakt aber ich glaube das ist nicht schlimm die hält übrigens ganz gut ein guter angreifer macht das allerdings auch einfach mit hockrider oder auch mit mit luft mit ich weiß gar nicht mit drachen ist die glaube ich auch schon mal gemacht worden also die ist jetzt nicht so fürchterlich schwierig zu knacken aber meine so macht man es dann eigentlich auch nicht ist schon ziemlich ziemlich heavy muss ich sagen was 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 der kollege hier eigentlich macht und naja aber er hat er hat wenigstens probiert sagen wir mal so ja ich wollte ihr habt seinen titel gesehen ich wollte den clan nicht lehre nein aber wie lernt man eigentlich einen clan wie macht man einen clan leer so nach dem motto so wir machen jetzt mal einen monat pause wir machen mal urlaub oder sowas ist jetzt wieder erlaubt man darf jetzt wieder bis in den nächsten stadtpark die sind ja wieder offen und wie erklärt man das seinen leuten dass man jetzt einfach mal ruhe haben möchte vom vom clan von clash of clans und also viele verschwörungstheorien das kann man sich echt mal gucken hier ne boah er hat sich echt noch zum zum stern hier aber sowas von durchgemogelt das geht ja gar nicht alter falter naja aber ja wie macht man das eigentlich was was kann man machen ich habe es mir ganz einfach gemacht hier ich habe einfach alle mit in den clank egal ob rot oder grün oder nicht da oder doch da wo ich ja auch von manchen den status natürlich auch nicht kenne einige machen natürlich helden und dann gab es auch gleich die wildesten verschwörungen hier der toto will uns rausschmeißen wenn wir nicht angreifen und oder nur mit einem helden angreifen nein nein dem kann ich den kann ich in jeden fall vorsorgen das wird der toto nicht machen deswegen schreibt der toto auch erstmal kurz kurz und knapp mal eben eine mail das solltet ihr auch dann machen dass die leute dann ein bisschen verwirrt sind wenn man hier übrigens ja was ganz bestimmte schreibt zeige ich gleich aber es wird moin machen wir erstmal moin, es wird niemand, 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 niemand gekickt oder was auch immer ihr euch ausdenkt, ausdenkt, so da machen wir mal noch ein zmi hin irgendeinen den ich den ich immer so nehme ich glaube die sind immer vorne das ist im moment einer meiner lieblings smileys hier so und ja so kann man es natürlich machen also ich habe einfach mal alle mit in den clan kick hier reingenommen und ihr seht das hier ich bin im clan ja free to play hier mit der lehla ich bin auch fast durch bisschen muss ich noch zauberforschen und so weiter aber so kann man es eigentlich machen wir waren jetzt 34 beziehungsweise zwei habe ich nicht mitgenommen wir sind nach wie vor oben only rathaus 9 das seht ihr da mit chumelisa chef koch kopfzelle und so weiter und sind dann hier ganz unten glaube ich haben wir mit dem mit dem jau haben wir hier glaube ich ein rathaus 6 kann das sein den rathaus 5 sogar also bis dahin geht es hier runter und der gegner sieht schon ein bisschen anders aus aber wir haben wir haben echt mal wieder spaß mit dem gegner habt ihr ja gerade gesehen meine der hatte mich angegriffen 10 auf 8 keine clan burg komische zauber und naja die angriff strategie mit 55 magian ist dann scheinbar eine neue meta aber wo wir schon mal hier sind mache ich natürlich auch was mit euch und zwar mache ich jetzt mal mein angriff erst mal hier mit mit der lehla ich habe ich habe noch keine ich habe noch keine hog rider auf 4 ich habe sie erst auf 3 und das ist eine maxed out base ihr könnt euch jetzt schon denken wo hier die fallen und so sind ich bin mir noch ich bin bin ich ganz ehrlich ich bin ein bisschen unsicher was ihr hog rider angeht auf 3 in einem maxed out rathaus 8 base aber wir probieren es einfach mal wir probieren es einfach mal und gucken mal ich habe jetzt keinen wutzauber sondern ich habe drei heilzauber die werde ich auch brauchen und ich nehme jetzt auch keinen machtrank oder so das ist mir muss ich muss gestehen das ist mir der gegner ist nie wert und dann gehen wir aber mal rein er hat natürlich hier einen drachen drin glaube ich ja er hat nur einen drachen drin da kommt jetzt auch nicht wirklich mehr raus und den giften wir jetzt mal weg den king nehmen wir auch noch mit hinzu da hat der minwerfer glaube ich gerade geschossen gehabt da geht es durch und dann können hier die bowler mit rein gehen ich hoffe dass sie auch ein bisschen rein gehen außen das lager muss weg die kaserne ja die kaserne geht weg aber naja ich habe zwei bowler hier noch mit drin ich habe den golem hier mit in der mitte und dann muss ich jetzt mal schauen da am ende hätte ich das hätte ich das eigentlich gern gemacht aber ich lasse jetzt hier mal meine hawks raus ich lasse hier mal meine hawks raus denn das wird jetzt schon eine ganz enge kiste da mit den mit den zweier hawks kann ich euch sagen da sind jetzt auch schon da kommen die ersten bomben hoch ok und jetzt muss ich echt weiter gucken dass ich die noch am leben behalte hier oh ja 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 toto ist in nöten toto ist in nöten ja aber in ganz derben nöten kann ich euch sagen verdammte axt so außen hat er keine bauhütte und ein zauber habe ich allerdings noch aber ich muss ihn auch mal giften jetzt skelette allerdings lungert hier am ende ah nee der bomben turm ist schon weg ah ich dachte der bomben turm wäre noch da und schaffen wir das doch mit den dreier hawks doch wir haben es gepackt alter wir haben es doch gepackt mit den dreier hawks ok also habe ich mich da ein bisschen vertan ich hätte wirklich gedacht in einem maxed out base mit den dreier hawks das ist ein bisschen ein bisschen trivialer also ein bisschen ein bisschen schwieriger aber hat doch funktioniert hier brauchte ich keinen machtrank nehmen wunderbar so geht das und naja aber wie gesagt bei mir gehen jetzt auf bei mir gehen jetzt auf level 4 zwei tage dauert es allerdings noch und dann haben wir die auch ich muss noch ein bisschen dann dunkles forschen aber lela ist auch ganz gut dabei ihr seht fünf bauarbeiter habe ich frei und ich habe auch schon das meiste gebaut ich will jetzt mal eben noch ein paar drachen nachbauen denn ich muss ein bisschen elex loswerden elex brauche ich gar nicht mehr und dann kann ich das mit den drachen eigentlich immer ganz gut machen das kostet immer ganz gut ja unsere lage so halbwegs leer aber wie gesagt mit der lela sieht das ganz gut aus hier oh die mienwerfer bogenschützen türme kanone ein bisschen muss ich doch noch machen sehe ich gerade vier bogenschützen die kosten schatzkammer schatzkammer da kann ich dann zwei laufen lassen oder ja dann lassen wir mal zwei stück laufen hier auf ihrem nächsten level und haben wieder ein angriff okay ich will nicht ich will nicht mehr hingucken es ist ein farz aber ich will noch einen ratos neuner angriff mit euch machen live und es wird niemand gekickt oder was ja auch mal ausdenkt ja wie gesagt es gab hier so verspörungstheorien ja tuto schmeißt uns dann alle raus und was weiß ich ich weiß gar nicht ob das da dieser cw ist eine ausnahme da sind rote bei aber es geht wohl um clan level 6 also mein zwangs cw ja so irgendwie sowas genau naja ist nicht also nehmt das nicht ganz so ernst hier mit dem ck ich habe einfach ich habe einfach alle mitgenommen und so kann man natürlich einen clan lernen klar könnte ich natürlich jetzt dann am ende des clankriegs schauen könnt sagen ach komm die kicke ich alle raus die nicht angegriffen haben oder die nur einen angriff gemacht haben oder gar mit einem helden oder was auch immer aber ich glaube das ist ein bisschen übertrieben die leute bleiben alle da und wir gewinnen einfach den clankrieg und so einfach kann es doch sein wir machen auch keine pause hier wir machen ganz munter weiter aber das stimmt schon wir könnten glaube ich clan level 6 werden das ist wohl wahr allerdings fehlen uns dort etwas zu viele punkte wir kriegen hier nämlich nicht so viele wenn wir hier gewinnen 199 sternchen und für den sieg kriegen wir nochmal ja maximal 199 das wird leider noch nicht ganz reichen dann machen wir danach noch ein 30er oder halt ein 40er je nachdem wie viele wir werden vielleicht schaffen wir hier ja auch mal wieder dass wir ein paar mehr werden aber das sind echte profis genau achso ich wollte eben sanks schreiben wenn man hier übrigens sanks schreibt dann meint das tablet hier ich würde thyssenkrupp meinen ok also wenn ihr nichts mehr zu lachen habt sage ich immer wieder dann nehmt die die auto korrektur hier dann habt ihr wieder was zu lachen also da muss man natürlich manchmal aufpassen was man tippt aber ich springe jetzt mal auf den ratos 9 dorf dann mache ich da auch noch einen angriff mal sehen mit welcher taktik und auf welches dorf also kurzer cut und dann sehen wir uns sofort wieder oh hier springe ich kurz rein wenn meine mails angreifen und ich bin live am start dann nehme ich natürlich gerne noch nehmen wir so einen angriff immer gerne mit wenn er mal live ist das war jetzt gerade wirklich guter cut aber ist nicht so schlimm und ich werde jetzt aber schon mal gerade auf ein anderes dörf hinspringen glaube ich wenn ich das auf dem auf meinem handy eben mal ein anderes dorf lade dass ich mir gerade ein paar truppen gebe denn ich habe schon angefordert mit dem mit dem neuner hier und weiß gar nicht was ich machen soll aber der esel weiß das hier der haut den drachen angriff auf eine rathaus 9 base ist gar nicht mal so ich wollte gerade sagen ist gar nicht mal so einfach aber die luftabwehr muss da vorne jetzt noch muss jetzt unheimlich schnell fallen sonst packt er das nicht mehr denn die helden der hat auch nur noch die queen jetzt die kann er zwar noch zünden aber die drachen brauchen unheimlich lange da beim dunklen lager und der ist nicht mehr so ultra voll der drachen da kriegt er noch eine mine das wird leider nichts das kann man jetzt eigentlich schon sagen denn die queen wird das ganze nicht schaffen um hier den rest noch abzuräumen ist eine option ich meine er ist immerhin neuner mit vierer drachen wäre das vielleicht ja weiß ich nicht wäre wäre vielleicht ein bisschen besser noch gewesen aber kann ich euch nur als tipp geben wenn ihr frischer neuner seid und habt erstmal elex überschuss dann oder habt überhaupt elex überschuss drachen auf level 4 sind auch immer eine gute wahl im rathaus frisch neun bereich also ich sage das ganz bewusst frisch neun denn in der regel sind deine helden ja noch nicht so stark aber wenn du schon mal eine starke truppe hast so wie die drachen eine sind dann kann man die sicherlich gerne mal leveln und jetzt muss ich mal gucken jetzt habe ich habe ich schon truppen bekommen danke danke schön dann schreiben wir hier wieder unser thx rein aber ich muss aufpassen dass ich nicht thyssenkrupp schreibe sondern thx ok so ich bin mit auf den zwei socken ich habe ein bisschen was ausgebaut ich muss ich soll nummer 7 mal greifen ok barracuda barracuda ja ok ja ja greife mal barracuda an würde ich sagen oder soll man den jetzt so überfliegen oder was ach komm das kann nicht sein ernst sein jetzt habe ich wieder 100 hunde zu viel weil ich gar nicht gesehen ich habe echt ich habe nicht hingeguckt was mich eigentlich gerade erwartet muss ich ganz klar so sagen das ist jetzt ja das ist jetzt wie soll man sagen grüne wiese grüne wiese heißt das glaube ich immer können wir da schon mal in die in die base rein ach komm die kaserne da geht nicht weg ok ja wie gesagt das habe ich echt nicht anders gewusst oder halt besser gewusst aber schon mal den einzigen drachen hier irgendwie rauskriegen ich komme auch nicht in die base da ist der eine drache ok aber der geht in jedem fall auf meine queen da soll er auch hin in der mitte stört mich ja keine queen in der mitte stört mich keine queen das ist eigentlich der hammer deswegen kann ich jetzt schon anfangen mit meinem flugpart hier 1 2 3 1 2 3 so ein paar von dort setze ich hier mal hin und den ein lava hund auch dahin nicht dass ich jetzt gleich stress kriege ich kriege jetzt schon wieder stress sehe ich gerade ich kriege schon wieder stress hier mit den feger alter da sind na gut da waren jetzt aber viele und der feger lebt immer noch ach komm ach komm jetzt ist der feger geschichte endlich mann 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 da ist der feger weg dann kann ich jetzt auch hier mein clean up setzen queen queen noch fix gezündet hier ja kleiner overkill mit den mit den loons und so schlimm war der feger jetzt auch nicht eigentlich war der feger sogar ganz gut habt ihr gesehen er hat immer wieder meine balance richtung außen zwar nach außen gedrückt aber da standen auch verteidigungsgebäude konnten die loons jetzt ganz genug abräumen also haben wir das hier auch noch mal ganz nett gemacht habe ich jetzt wirklich nicht gesehen dass das so ein underdog war hier der nur drei luftabwehren hat auch noch auf level 5 oder waren die 5 oder 6 keine ahnung und dass der jetzt nicht so gut war aber ok es war erstmal mein gegenüber ich muss jetzt zusehen dass ich auch die angriffe hier hier so ein bisschen durch bekomme und da haben wir noch mal waren das jetzt meine drei oder waren das noch mal drei von jemand anders der jj hat hier angerufen der jj hat hier angerufen genau also jj free to play nehmen wir noch mit hier ist nicht so schlimm wenn es mal ein bisschen mehr angriffe werden hier aus free to play aber dann geht ja mal ein bisschen rathaus 9 free to play gespiele hier was macht er sprung gesetzt schön bereit die golems hier rein die ziehen sich auch schön zum sprung hin habt ihr gesehen der eine golem hier unten auf links neben der queen ist da auch noch mal hingewandert dann und mit max helden geht das hier los also 30er helden ich werde übrigens jetzt beim chefkoch nach dem klankrieg hier das rathaus auf 10 level das heißt also ich werde es erstmal anstoßen mir fehlt da noch so ein bisschen was dunkles ach nee stimmt gar nicht bei dem fehlt mir das gar nicht also der wird auf rathaus level 10 gehen und der frei wird nach diesem klankrieg hier auch auf level rathaus level 9 gehen so dass es da auch auch da mal ein bisschen weiter geht und ich jetzt nicht sage komm der bleibt jetzt erstmal bis 2000 sterne hat rathaus 9 oder so das bringt es dann auch nicht man will ja mal ein bisschen vorankommen deswegen level ich die hier hat er schön gemacht mit den schweinereitern ist zwar ein bisschen nervig dahinten mit dem king aber er hat die auch schon auf ich wollte gerade sagen er hatte ich schon auf jaja ist hier max out rathaus 9 und macht das hier aber sehr sehr gut queen kriegt da unten noch kriegt noch die kanone aber auch gerade so letzter schuss hier in der mitte pecker mit dem king das ist auch kein ding hier 10er king der fällt sofort um und dann war es jetzt nur noch der clean up hier sehr schick also ich denke mal wie gesagt was ich am anfang gesagt habe es wird hier keiner gekickt wir lehren den clan nicht so kann man aber einen clan lehren um mal festzustellen wer ist überhaupt noch alles so anwesend und indem man einfach alle mal mitnimmt und dann ist der überraschungsmoment dieses huch ach nee ich bin ja mit dem klankrieg dabei okay was hat sich toto dabei gedacht ah der will mich bestimmt kicken weil ich jetzt nicht angreife oder sowas nein keine sorge freunde alles bleibt wie beim alten alle bleiben hier drin und machen dann fröhlich den nächsten klankrieg weiter schön gemacht hier mit den hox 4 auf 3 schon ach ja wir sind schon unter wir haben hier so eine kleine zwölf stunden regel das heißt also unter zwölf stunden darf man dann schon mal angreifen was man will jj greift gleich zweimal an okay darf er auch jj folge hier oh jj das wird mal nix das wird ein satz mit x mein lieber jetzt überlege ich gerade hatte er ebenso hohe helden oder habe ich den zweimal jj drin das muss ich jetzt gleich erstmal nachgucken oder war der angriff eben auf jj oder war der angriff auf jj habe ich mich da jetzt echt so vertan das wäre jetzt fatal das wäre jetzt fatal und aber das kann doch noch was werden die queen wird noch geheilt die queen wird noch geheilt kriegt jetzt ein bisschen schoß aus und muss der hochschützten turm fallen das macht er auch und ich denke das wären trotzdem drei sterne denn er hat jetzt nur noch also der verteidiger hat jetzt nur noch einen ein tesla dort in der mitte und den schnappen sich jetzt die minions hier zack und das rathaus holen sich auch in zusammenarbeit mit der queen kein troll tesla hier auf keiner uhrzeit da war drei sterne vom jj aber jetzt muss ich echt noch mal noch mal nachgucken ob ob das eben auch der jj war hochs doch da ach das ist jj free to play und da ist das andere ist der jj alles klar hat er doch zwei hier habe ich ist mir gar nie ist mir gar nie so aufgefallen kann man mal sehen wie gut toto seine member hier kennt und auch ich sehe aber gerade der gegner hat der gegner hat geschafft bei lehla den zweiten stern rauszuholen auch nicht schlecht nummer zwei haben wir ganz am anfang gesehen auch wieder mit der meter leute was ist mit dem was ist mit den gegner los das geht ja gar nicht ich bestelle mal ein bisschen schneller das geht ja gar nicht ich meine der kann sich schon mal ein paar prozent holen in der bauhütten in der ecke mitnimmt was macht der da immer das ist das das geblitzelt also so ich meine okay hat jetzt magertum geschafft aber bombturm wäre vielleicht effektiver gewesen keine ahnung meine in die base er kommt ja in die base rein sonst wären es keine zwei sterne gewesen also ich hatte bisher erst einkassiert und er kommt ja in die base rein sonst wäre er das rathaus nicht mitnehmen können kein gift zauber für den drachen der immer aus unserer kleinen burg kommt dann nimmt er immer immer 30 magier ist wirklich ich bin echt überrascht junge 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 noch im meter ja aber sowas von und jetzt gleich alle alle auf dem bombenturm jawohl okay hat hat nicht alle mitgerissen aber guckt euch das mal an geht ja gar nicht okay hat es jetzt aber gemacht na egal wir haben hier unseren spaß und machen hier ganz ganz fröhlich weiter ich werde noch mal nachbauen und dann fliegt hier keiner raus also der klar wird nicht gelehrt wir lassen alles beim alten ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen dass wir hier mal wieder ein bisschen aus free to play gemacht haben gehört dass ich bin die ganze zeit so ein bisschen echt angelacht von diesem gegner weil als ich heute morgen schon mal rein gespickert habe da habe ich schon mit das loge 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 was ist hier los bei denen okay das wird spaßig und es wird spaßig ich hoffe ihr habt einen schönen vater tag ja ihr seht die folge jetzt am donnerstag glaube ich der sehme fahrt geht ja nicht ganz so viele hoffe ich mal und dann sehen wir uns am wochenende mit weiteren folgen und vielleicht auch als schimpfen ist dahin danke fürs zuschauen euer toto piste kommt kommt geht und